Was ist mit der... die sieht mir irgendwie... Ich hab mal kurz gewandt... Guten Abend, Arti! Oh ja, Gruselspiel. Ja, Among the Sleep gibt es. Wenn ich nicht mit dem Baby an unsichtbaren Ecken gemein. So, Mami? Kann ich dich irgendwie anfassen? Nö. Ach da! Mami, du siehst komisch aus. Danke. Ein interessantes Bild. Abstrakte... Ernst? Die Musik passt irgendwie, ne? Sollen wir nochmal? Und nochmal. Leider kann ich nicht springen, sonst könnte ich... Ja, ich weiß. Wir sind ja erst zwei Jahre alt. So. Pfff! Matsch! Na los, Teddy! Nehm ich dich jetzt mit oder läufst du alleine? Jaaa... 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 Tür ist ja noch offen. Jaaa... Jaaa... Die Brücke war cool, ne? Mit dem ganzen Sound. Deine Mutter? Was? Sie muss sich so über dich beschäftigen. Aber nicht Angst. Du und ich werden das alles zusammenarbeiten. Ich weiß, wir werden. Jaaa... Jaaa... Du kennst die Brücke bis jetzt. Nächstes Teil. Jaaa... Sooo... Und drehen, und drehen, und drehen... Jawoll! In meinem Lager habe ich immer noch nichts, ne? Hm. Jaaa... Jaaa... Hört sie sich jetzt besser an? Ich finde, die hat jetzt ein Echo. Sooo... Nächste Runde. Und... Ab rein da. Jaaa... Die Brücke war cool, ne? Da hätte man jetzt springen können. Dann wäre es ein bisschen geiler gewesen. Da wäre ich erstmal so fünf Minuten hin und her gehe. Hopps. So... Wo sind wir? Teddy? Mach mal Licht. Geh die Türen auf. Jo... Zu trinken? Noch mal zu trinken? Wer packt denn bitte den Alkohol in die Wohnung, wenn ein Kind da ist? Hallo? Guckt euch das an hier. Geht ja mal gar nicht. Leute. Leute. So. Mal gucken. Was haben wir hier noch? So. Ist das ein Baum im Haus? Okay. So. Oh, die Tür hat auch schon bessere Tage gesehen. Teddy, halt mich fest. Irgendwo noch ein Bild? Was ist das? Ich denke, wir sollten sich kalt halten. Ja, irgendwie... Ziemlich düster hier. Und wir haben Bäume im Haus stehen. Hallo? Was war das? Hä? Okay. Okay. Dich kann ich bewegen. Kann ich an die Tür ran hier? Ne? Scheint nicht so. Hallo? Ähm. Ein toller Sound. Na, habt ihr Spaß? Mal kurz gucken. Liegt da oben was? Ich muss ja mit dem Krümel überall immer drauf klettern. Ja, super. Jetzt nochmal. Gucken. Da ist nix. Da oben ist ein Bild von mir. Da muss ich auf jeden Fall drauf klettern. Und ein Puzzlestück. Gucke mal. Okay. Soll mir das sagen? Soll mir das sagen? Ich muss puzzeln. Ich muss puzzeln. Die flotten Dinge. Sie sehen wie Erinnerungen. Vielleicht ist das nächste hinter diesen Routen. Okay. Wie komme ich jetzt auf? Ah. Gucke mal. So. Das Teil, was ich jetzt habe, wird wohl hier hinkommen. Ich habe auch so gemacht. Also ich finde das schon geil gemacht, ne? Also wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch zwei Puzzlestücke. Teddy ist bei mir, Teddy ist immer bei mir. Er sieht ja schon sehr Ich würde meinen, das Bild lebt Oh, guck mal Da bist du Sehr interessant Hallo Oh nee, da müssen wir langen Was ist denn das hier für ein Gebäude? Meine Güte Komm ich da hoch? Nö, da komm ich nicht hoch Komm ich da hoch? Ja, müsste aber rausziehen Nee, komm ich auch nicht hoch Also schon fast Schon faszinierend Wird die hier so von einem Zweijährigen verlangen, oder? Was denkt ihr? Dass der Kleine ja alles können muss Ja, ist klar Welcher Zweijährige würde nicht gerne hier durchkrabbeln? Das hört sich nicht besonders lustig an Das hört sich nicht besonders lustig an Ich glaube hier kann man nicht hochkrabbeln Ich glaube hier kann man nicht hochkrabbeln Und was bist du hier? Ich glaube hier muss ich hier muss ich glaube ich hochkrabbeln Oh ja Ich glaube hier kann man nicht hochkrabbeln Solche Rätsel für Für ein kleines Zweijährigen Für ein kleines Zweijährigen Ah, komm ich da hoch? Für ein Kind Ähm Fenster Oh ja Ey, was ist ein Rätsel? Ich höre jemand Das finde ich nicht gut Teddy? Irgendwie Ich weiß jetzt gerade nur nicht Muss ich hier lang? Weil wir suchen ja noch das Puzzleteil, ne? Oder ob wir da hinten rein müssen erstmal Ich glaube wir müssen erstmal da hinten hin, ne? Mit zwei Jahren bin ich auch alleine im Wald rumgeraten Ich habe mit Wölfen und Bären gespielt Ja Es war mir klar, dass ihr beiden da Einer wie Diana Jones gemacht habt Ähm Tut ihr mir was? Okay Ich bin ertrunken Alles klar Da komme ich wohl doch nicht hin Also werde ich wohl Gleich hier ja nicht durchkommen Doch hier lang ein bisschen So So Na, da hinten ging es ja nicht durch Haben wir hier noch irgendwas, was wir gebrauchen können? Wir suchen ja immer noch ein Puzzlestück, ne? Zack Hier ist Kamin Ähm Was war das? Das sollte wahrscheinlich ein Jumpscare sein Habt euch auch alle geschrocken? Was bist du denn für ein Zeichen hier? Was bist du denn für ein Zeichen hier? Schon wieder Alkohol Ähm Habt ihr die Hexe da gesehen im Wasser? Habt ihr das Vieh gesehen? What? Und dieses Spielzeugköpfe, ne? Ich weiß nicht, was für ein Kind schlimmer ist Wart ihr Zeugt als Kind noch? Alter Habt ihr noch gar nicht geguckt, ob hier was drin ist, ne? Hier, diese ganzen Kinderspielzeuge Die sind doch viel schrecklicher Dann jetzt Soll ich als Baby auch noch durch die Durch die Ab Super Besonders ich frage mich Wer stellt bitte in Lüftungsschächte Kerzen auf? Aber hier Hat die, ne? Also hier Ja Man kann ja alles durch die Gegend werfen Das nächste Teil Oh, die ist süß Die würde ich mitnehmen Komm mit Komm Ich nehme mich jetzt mit Da wird Teddy zwar eifersüchtig Aber das ist mir jetzt egal Nein, du sollst aufgehen So Dich nehme ich jetzt mit Komm Ja Ich sehe jetzt bloß nichts mehr Wo muss ich lang? Ich glaube, ich muss hier wieder auf den Moment Weil hier runter geht's ja nicht Da hoch glaube ich auch nicht, ne? Oder muss ich da wieder zurück? Komm ich da hoch? No Ich glaube, ich muss hier auf dieses Bäumchen hier Boah Boah Da Zack Einmal weiter Bin ich jetzt Gekrabbelt oder geflogen? Ich bin runtergeflogen Ich bin ein Held Das 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 will runterfallen Das kann ich hier echt gut So Und der nächste Komm Hier müssen wir auch noch ran Genau Da müssen wir nämlich rein Krabbeln Wie weit ist er denn jetzt weg? Hier So Komm Wir müssen da hoch Und da glaube ich rein Juhu Und jetzt? Müssen wir da jetzt Sollen wir in das Boot? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen Sollen das nicht? Wie komme ich in das Boot? Ohne zu ersaufen Warte, musste ich in das Boot? Pikachu mit einer Raupikreuz Das grüne Kuscheltier Musste ich da rein? Ich weiß es jetzt gar nicht Oder musste ich einfach zurückkrabbeln? Weil ich komme ja nicht ans Boot ran Das ist ja im Wasser Ja Ich glaube, ich muss einfach nur zurückkrabbeln, oder? Oh, nicht ins Wasser rennen Da Nicht ins Wasser rennen, habe ich gesagt Wo ist er denn jetzt? Oh nö Oder? Ja Ja, jetzt muss ich den ganzen Spaß nochmal Nochmal Da Aufi So, einmal hoch da Da kommst du ja glaube ich nicht hoch, ne? Hm Nee So Und wieder hoch Hoch hier Aha Nochmal Weil sie schön war Zack Also wie gesagt Hier ist zwar ein Boot Aber ich kann mir nicht vorstellen Wie ich da hinkommen kann Also Also laufen wir einfach mal den Weg zurück Wir haben ja das Puzzleteil Wir haben ja unseren Soll schon erfüllt Wir müssen halt jetzt nur wieder heil zurückkommen Heb die Füße Ich glaube Dass mich da gerade was verfolgt hat Kannst du rennen? Ja Aber wenn du rennst Dann fällst du, ne? Ja Wir sind ja schon So Das war ja schon Ich bin ja schon Ich bin ja schon Ja Du